Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das soll jetzt nur für den Briefkasten Der leert es Aus der Familie Blaze Und ich werde so parken, dass ich gleich schnell weg kann Schön hier denn Die Atmosphäre surrounded the house The soundlessness of the area Suggested it was empty Ich gehe zuerst hier rein Ich bau einen Schlüssel In eine leere Flasche Wie schön, dass hier keiner anscheinend mit Schnee rechnet Und drin ist beleuchtet warm, aber sonst nichts Ein Stiefel Oder man fragt sich, wo der zweite ist Da ist schon mal der Schlüssel Etwas Lesestoff für die Freizeit Die Glühbirne ist durchgebrannt Der Rest leuchtet ja hier Oh, Fotos Little Martin Blé with a family member There was some resemblance between them And Karl took note of the sense of bonding And pride they projected The picture had been taken inside the house It was the same wallpaper Judging by the smiles Nobody suspected the impending misfortunes The Spirograph The Spirograph amused, Karl It was a nice modern toy Aside from being repetitive by nature And completely useless Still, it found its way into many quebecois home Faden andringen Magnet am Faden ist immer gut Will ich immer noch ruhig Das schon mal Hatte jemand keine Zeit mehr zum packen Und irgendjemand hat die Kohlen warm gehalten Money in a jar What a shame Karl would have loved cookies Schön, dass da irgendwie so ein Set von Bildern rumliegt Oder ein Bild von irgendwem Machen wir wieder Musik an Bleibst du wohl offen? Mach die Anzänder an Oh, Zigaretten Ich finde Zigaretten kann der Mensch auf den, die wir nehmen hier Oh A pay stub For some undoubtedly harsh lumberjack work Alexander Bleff felled trees and chopped woods Das ist für Cloutier Eifes Okay Okay Da ist nichts interessantes drin Und wir kommen in den weiteren Bereich Wo hier irgendwas Rauscht Ist hier überall noch Licht an? Oh, Fernseher ist an Oh, Fernseher ist an Ach so, Notizblock nicht wahr Hier überall hängen irgendwelche Bilder von irgendwelchen Leuten rum Äh, ich nehm einfach nur die Schnappe Heißhockey Ich soll ja sehr beliebt sein in, äh, Frankreich Nicht in Frankreich, in, äh Kanada Le Monster Die Monster Das Monster Evidence In Skledo oder so Eine außergewöhnliche Zeichnung für so ein Spielzeug Naja Die Schnappen waren in so einer Weise, dass sie eine rüde Erwachsenung bezeichneten followed by a hurried escape Was hat hier passiert? Ich frage, warum ist das Fenster offen? A window left open in that weather? Perhaps something had to be watched Aber wo ich geparkt hab Oder den Gang runter Naja Merke ich mir? Hier sind sie auch schnell abgehoben Nur hartnäckig, süchtige Rauchen im Bett Das ist ein zweites Das ist ein zweites Sein Sohn wollte mit ihm spielen, aber er hat kein Wort von sich gegeben. Und wie er immer auf das Fenster starrt. Letzte Nacht habe ich gehört, wie er im Schlaf gesprochen hat. Er kommt hierher, hat er gemurmelt. Ich weiß nicht warum, aber diese Worte haben auch einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen. Kurz darauf ist er aufgewacht, schweißgebadet. Er konnte sich natürlich nicht an seinen Traum erinnern. Danach ist er nicht mehr eingeschlafen gegangen und hat den Rest der Nacht Kettenrauf und am Fenster verbracht. Heute Morgen hat er mir gesagt, dass ich meine Sachen packen soll. Ich fragte mich aus welchem Grund. Ob er das selbst weiß? Wir warten aber worauf. Ich glaube, ich war batzt. Und das eine Tagebuch dahinten wollte er nicht lesen, aber alle anderen kein Problem. Ich habe das Fleisch übersehen. Und zwei Flaschenbier. Ähm. Wieso hat jetzt ein Wolf hier reingefunden? Und du hast über den Haufen geschmissen. Hier war ich schon drin. Schön, dass der Spiegel kaputt ist. So kann man sich das natürlich auch aufsparen, dass die Leute sich nicht spiegeln im Spiegel. Also der Darsteller. So, der hat den Topf hier irgendwie umgeschmissen. Aber dadurch habe ich jetzt nichts mehr zu entdecken gefunden, ja? Ja. Dieses Möbelstück wurde mehrfach verrückt. Ein Dokument. Liebe Marie, entschuldige bitte meine hakelige Schrift, aber ich muss mich beeilen. Ich fahre nämlich mit Mutter und Mrs. Roy nach Norden an der Star. Denn sie sagen, dass es hier in diesen Tagen viel zu gefährlich ist. Ich weiß nicht, was los ist. Mutter erzählt mir nichts und ich habe mir keine Sorgen, damit ich mir keine Sorgen mache. Ich weiß nur, dass sie denselben Ausdruck im Gesicht hat, wie sie ihn immer hat, wenn ich sie erschrecke. Vater und Mr. Roy kommen nicht mit. Sie sind los, um Mr. Lachance zu holen. Das sind echte Helden. Meine Oma lebt in einem wirklich großen Haus in Nordmanastan. Du wärst da auch willkommen. Ich muss jetzt los. Also jetzt sofort. Dein Freund Martin. Telefon ist tot, ja? Scheinbar ja. Wo ist der Wolf hin? Keine Ahnung. Ist auch sonst alles immer nichts drin. Und hier ist Holz. Wovon ich habe einen noch schon genug habe. Dann habe ich hier den Schlüssel. Nee, habe ich nicht. Achso, ja, stimmt. Wir haben den Schlüssel gefunden. Boah. Ich kann mich hier umschauen. Oh, Kettensäge funktioniert nicht. Ja, gut. Den kann ich jetzt auch nicht mitnehmen, ja? Schade. Ja, schade. Boah, sieht ja ganz normal aus. Abgesehen davon, dass ich keinen Sack da oben mitpacken würde. Ja, da bin ich das zu beurteilen. Ich schaue mich noch mal kurz hier im Garten um. Da sehe ich nichts Besonderes und gehe dann halt einfach weiter zum nächsten Ort. Nachdem ich kurz geguckt habe, wo er hingestartet hat. Und da oben ist das Fenster offen. Und irgendwie hat er hier hingestarrt. Aber außerdem ist das hier ja nichts. Wie dem auch sei. Ich gucke mal kurz auf meine Karte. Und überlege gerade, ob ich jetzt... ...zu der Moth fahre... ...und das kleine Projekt ergründe. ...oder ob ich... ...zu der Blockhütte da fahre. Okay, zur Blockhütte. Einfach nur, ob er die Naht dran ist. Wie clever wie ich bin, habe ich natürlich schon vergessen, in welche Richtung ich wollen muss. Äh, rechts rum. ...und in die Minute Nach eine Minute dann links gehen. ...meter. Gerapelt. Forstgebiet. Okay, hier ist was zum Schlafen. Und schon wieder Spuren von Wölfen. Ich leg mal Holz ab. Seh ich jetzt kein Holz, oder was? Ich kann nochmal die Zigaretten weglegen. Es war ein typischer Schock. Just like the ones you hear about in Québécois legends. Local Lumberjacks used it to rest and twice a day eat up their pea soup. Jetzt fehlt hier Holz. Okay, ich muss hier irgendwas... Ich glaube, ich pack die Zigaretten weg. Jetzt mal den Metall frei. Muss ich dann noch wegpacken, damit das Invertar wieder frei ist? Oder habe ich hier irgendwo Holz liegen? Die 303 Munition dann hier auch weglegen. Dann sind wir gleich mal fast vorgekommen. Naja, bald habe ich hier überall Feuer an. Hier hätte ein Teppich hingehört. Das wäre ihr Preis gewesen. Und dann... Wer hat das Spiel einen Schritt entfernt? Jemand auf der Flucht? Ich kann nicht springen. Das hätte ich jetzt so drauf geguckt. Wenn das so ideal ist da. Egal. Okay. Aber noch ein bisschen. Wieso ist hier alles ein Holz? Naja. Stopp. Genau. Die Hütte ist ein... Hier allerdings. Ich habe schon gesagt. Fluchtparkposition. Wie schön, dass hier alles total eingeschneit ist. Ja. Danke für diesen Text. Ah, sind schon wieder... Heißklumpen. Und wie immer umgeben von... Spuren von... Rölfen.